Hallo. Es gibt doch noch ein Rennen, wie ihr gerade seht. Und zwar Monster. Mit der Corvette und jemandem, der nicht startet. Und neben mir ist Mika in der gleichen Farbe. Vor mir ist Mika in der gleichen Farbe. Vorsichtig. Vorsichtig. Sehr schön wieder eiskalt ins Feld reingezogen, der Havoc. Ich habe keinen Plan, wann ich bremsen muss. Puh. Voll ausgebrochen. So, ich glaube, ich habe alle wieder vorbeigelassen, oder? Scheiße. Mal sehen. Mal sehen. Okay, ich bin wieder. So, wie? Ja, 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 ja. Ich liebe es, auf einem Strache zu fahren, die ich kaum kenne. mit einem Wagen, den ich eine Runde gefahren bin, vom SG vorbei. Jetzt habe ich ein bisschen Platz, jetzt kann ich wenigstens mal versuchen, mein eigenes Ding zu machen. Im Feld ist das immer eine kritische Sache, so Eko ist schon drin. Hat er also wieder die umgekehrte Taktik gemacht. Das habe ich nicht gemacht, weil ich vorher nicht auf die Reifen geachtet habe und nicht wusste, wie sich die Mittleren hier verhalten. Hier werde ich immer zu langsam, weil ich diese dumme neue Version habe. Ich weiß nicht, dass ich eine Rundskurve da immer im Kopf habe, die viel enger ist. Da müssen wir ja nix mit den Covet-Bremsen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Erwock geht rein, Ritter muss auch drücken, da sind wir wohl auch mit Hard gestartet. Ich muss mir das so grob merken, denn je nachdem wer schon drin war, ist das natürlich relevant für meinen Boxenstopp. Da, bremsen. Ja. Tja, ich denke mal, entweder das ist das letzte oder eins machen wir noch, weil ich langsam echt harte Rückenschmerzen. Von daher nochmal schauen, jetzt haben wir 1.000 hinter uns. Neben uns, vor uns. Äh, Mann. Ah, du willst mir die rechte lassen, das ist aber nett. Fuck. Ich hätte natürlich Vollgas durchfahren können, aber das macht man natürlich nicht. Da dessen bitte ich nicht jetzt mit Toyota. Oh, wie hat es auch wieder ausgebreitet. So. Oh Gott, ich bin so dumm. Amt Traktionskontrolle. Das erklärt natürlich einiges. Natürlich nicht das dumme Bremsen, klar das nicht, aber den ganzen Rest so. Hey. Ich kann mit diesen Autos nicht bremsen. Die Korretten haben alle Kackbremsen. Mann. Ja, warum der Waden bekommt und ich ihn nicht so einfach abfangen kann oder einfach gegenwenden kann, sondern vom Gas muss. Ja, das ist klar, ne, wenn ihr vom Gas geht. Hey, da ist Toyota. Als ob ich ihn hinterherfahre. Dann steigen wir uns an und jetzt kriegen wir ihn während er in der Box ist und dann gleich während ich in der Box bin. Das steht einfach wieder. Ah, Mann, Mann, Mann. Ich glaube, das ist das letzte. Ich kann einfach nicht mehr. Ich muss gleich aus dem Essen noch nichts gegessen heute. Den Apfel rumliegen. Seitdem seit 3 Uhr kau ich an dem Rumpfwasser nach. Ich bin jetzt auch noch voll abgeflogen. Amorita hat mich rausgeflogen. Da kommt Equi. Yeah. Der hat ja schon in der Box bin. Wuhu. Überhol mich. Einer und dann mach ich noch auf den Reifen und dann wechsle ich mal auf die Harten und mal gucken, wie die so sind, aber hey, ist das scheißegal. Ja. 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 Wie hat der denn die Schikane nicht treffen können? Der hat doch genau mit uns gebrannt. Ich wollte erst noch links weg und dann dachte ich, nachher lenkt er noch links. Es ist einfach zu spät, also nicht zu spät, aber ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich wollte erst nach links weg lenken, dann dachte ich, jetzt lenkt er jeden Moment ein, dann lenke ich nach rechts weg, dann hat er nicht eingelenkt, naja. Ich hoffe, ich habe irgendwie keinen Platz gekostet. So, ich gehe jetzt mal rein, gucken was da so los ist. Und mit hart. Komm, EQI, du schaffst das. Sorry. Oh Mann, nein. Oh ja, ich muss der Reifen auch raussehen. Ähm, renn hart, renn hart. Jetzt tanke ich auch noch. Warum? Ja. 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 Ich bin egal. Die paar Minuten überlebe ich jetzt auch noch. Oh, sorry, ich kriege, sorry, ich kriege, sorry, ich kriege. Ich kriege, sorry, ich kriege. Ein Heartbeat eigentlich. Oh, ich hätte das Ganze einfach beenden sollen. Ja, ja, und wieder auffliegen. Der Fog hat eine 1,40 gefahren, naja, wie hat der das wohl gemacht? Ah, S45, wo bist denn du? Überhol ich sogar noch. Sorry, ich kriege, oh man, so unnötig. Cannot compute. Gut. Dies ist die letzte Runde. Ja, vielleicht sollten wir in Zukunft kurz machen. Drei Stunden Maximum. Oh Gott. Ich meine, allein wie ich schon vergessen habe, Traktionskontrolle auszustellen. Ich gehe immer in das Kacken. Nö. Boah. Hätte ich abfangen können. Sorry, ich nicht. Was ist denn das hinter mir S-Undrill oder was? Und 2k. Tatsache. Jetzt kann ich in der Kurve natürlich schlecht nach hinten filmen. Tatsache. Und, und, und. Tja, das war das letzte Rennen. Oh Gott. Ich habe Zeit, dass wir aufhören und ich sterbe. Bis bald. Bis. Bis bald.